Wunderbar, dann herzlich willkommen beim SWK Talk zum Lehrkräftegewinnung, Lehrkräftebildung. Heute letzte Folge aus der Reihe. Es geht heute um die Lehrkräfte, die dritte Phase der Lehrkräftebildung, um die Fort- und Weiterbildung. Wie kann man eigentlich systematische Fortbildung von aktiven Lehrkräften gestalten und wie ist die Weiterbildung für weitere Funktionen? Es geht um die Professionalität von Lehrkräften um neue Herausforderungen und Themen und natürlich auch den aktuellen Wissensstand und neue Aufgaben. Heute, weil es die letzte Folge ist, wollen wir etwas länger miteinander sprechen. Wir machen heute 90 Minuten bis 15 Uhr, um eben nach 60 Minuten Sofort- und Weiterbildung auch nochmal Zeit zu haben, am Ende übergreifende Fragen zu stellen, Fragen, die in letzter Zeit nicht so Raum gefunden haben. Wir hatten bei den letzten Folgen immer ein bisschen zu wenig Zeit, um Fragen zu beantworten, die im Chat kamen. Sie können auch heute natürlich wieder Fragen im Chat stellen. Bitte erst möglichst in der zweiten Hälfte, sodass wir die auch alle aufrufen können und heute auch möglichst genug Zeit haben. Wie immer aber machen wir den Beginn mit einer Forschung der SWK-Empfehnung aus dem Gutachten Sofort- und Weiterbildung per Interview zusammen mit Benizitas Thiel. Ich hoffe, man hört mich. Das ist hier wirklich schrecklich mit dieser Technik. Super. Ich bin an der FU und da ist das WLAN schlecht und die Lernverbindung klappt auch nicht, aber Hauptsache, es funktioniert jetzt. Ja, sehr gut. Felicitas Thiel ist die Co-Vorsitzende der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission und Professoren für Schulpädagogik an der FU. Dann haben wir heute als weitere Referenten Frau Dr. Birgit Bikowski. Frau Bikowski ist die Direktorin des Kädagogischen Landesinstituts in Rheinland-Pfalz. Hallo Frau Bikowski, schön, dass Sie da sind. Dann ist Frau Prof. Dr. Ulrike Tippel bei uns. Die ist seit 2017 Präsidentin der EH Wildau, wenn ich sie richtig verstanden habe, und außerdem HRK-Vizepräsidentin für Digitalisierung und vor allem auch wissenschaftliche Weiterbildung. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute da sind und die Runde auch erweitern. Außerdem ist Frau Carolin Jesser da. Hallo Frau Jesser. Sie ist Rektorin der Martin Feuerbacher Realschule in Baden-Württemberg und außerdem Lehrerin für Englisch und evangelische Religion. Hallo Frau Jesser, schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Isabel Sieh. Ich leite die Geschäftsstelle der SWK und führe Sie heute durch diesen Talk. Wie gesagt, stellen Sie Ihre Fragen bitte möglichst im Chat, erst im Anschluss an die erste Podiumsrunde und auch bei der Hinweis, wir zeichnen die Folge auf und Sie können es später nachhören bei Spotify oder YouTube. Dann starten wir mit den ersten Fragen an dich, Felicitas. Nicht nur die SWK bemängelt, dass die dritte Phase der Lehrkräfte Bildung sehr wenig Beachtung findet. Wo liegen aus Sicht der SWK denn die größten Probleme der dritten Phase? Ja, vielen, vielen Dank für die Frage. Erstmal ist es wichtig, glaube ich, zwischen Fort- und Weiterbildung zu unterscheiden. Das machen wir häufig nicht. Fortbildung ist die Weiterentwicklung der Kompetenzen, die jemand erworben hat in der Erstausbildung oder im ersten Studium an sich verändernde Herausforderungen. Wenn man das neue Schulbarometer anschaut, was die Lehrkräfte sagen zum Umgang mit Heterogenität oder Umgang mit herausforderndem Verhalten, dann ist unmittelbar klar, man braucht Fortbildung, man braucht gezielte Fortbildung. Weiterbildung ist die Qualifikation für neue Aufgaben. Zum Beispiel, ich möchte gerne bewerben für eine Schulleitungsposition oder eine Schulaufsichtsposition. Und die Probleme sind folglich auch andere für beide Fälle. Wir haben, und das gilt allerdings für Fort- und Weiterbildung gleichermaßen, häufig ein Problem, aktuelle Forschungsbefunde einzuspeisen in die Angebote. Die sind so abgekoppelt, ganz häufig, wenn sie in den Landesinstituten stattfinden. Wir haben ein Problem mit der Bedarfsorientierung. Das Angebot trifft häufig nicht die Nachfrage, zum Beispiel die Themen des deutschen Schulbarometers. Wir haben keine Qualitätssicherung der Angebote. Es finden kaum systematische Evaluationen statt. Das haben wir uns angeschaut. Und die Fortbildung ist ja ein unheimlich wichtiges Instrument der schulischen Personalentwicklung. Das ganze neue Steuerungsmodell, das implementiert wurde, was ja auch vorgesetzte Funktionen auf die Schulleitung im Bereich der Personalentwicklung überträgt, lebt ja davon, dass man auch gute Fortbildung empfehlen kann, wenn man einen Bedarf festgestellt hat. Das ist jetzt das Problem der Fortbildung vor allem. Bei der Weiterbildung haben wir hier in Deutschland das Problem, dass die Weiterbildung gar nicht verknüpft ist mit Laufbahnen. Wenn man Schulleitung werden will, dann ist es völlig unklar und völlig unterschiedlich in den unterschiedlichen Ländern, welche zusätzlichen Qualifikationen man braucht. Und da gibt es in anderen Ländern, zum Beispiel in der Schweiz oder in Österreich, eine Debatte darüber, wie man eben die Laufbahn, die Qualifikationserwartung und die Weiterbildungsangebote systematischer verknüpft. Ja, vielleicht so viel erst mal. Zu den einzelnen Punkten kommen ja vielleicht auch dann nachher noch. Ein Punkt wäre, dass wir eben auch keine fehlenden Kompetenzrahmen, keine Funktionen für Funktionsstellen haben und wenig systematische Strukturen der Kooperation zwischen Wissenschaft und dann den Landesinstituten tun. Könntest du doch mal noch konkreter machen, was sich für die Fortbildung für die Lehrkräfte konkret verändern soll, also in einzelnen Punkten? Na ja, klar. Ich habe ja jetzt erst mal gesagt, was ist die Situation? Ich wusste nicht, dass wir jetzt auch gleich schon über die Maßnahmen sprechen. Was soll sich verändern? Wir brauchen im Grunde drei Dinge. Wir brauchen eine systematische Angebotsplanung. Man muss also wissen, was ist der Bedarf? Das kann man unterschiedlich machen. Ich will jetzt hier nicht in die Details gehen, weil die anderen ja auch noch was erzählen wollen, zum Beispiel, indem man abfragt bei Schulaufsichten. Was sind wirklich die Bedarfe? Wir brauchen eine wissenschaftsevidenzbasierte Fortbildung. Dazu müssen das Institute kooperieren mit der dritten Phase, mit der Wissenschaft. Und wir brauchen eine systematische Evaluation dieser Angebote. Und um das auch wirklich sozusagen auf eine solide Basis zu stellen, empfehlen wir, auch eine Fortbildungsverpflichtung von 30 Stunden. Wenn wir erst mal bei der Fortbildung bleiben, oder soll ich gleich noch was zu weiterbilden? Erst mal bei der Fortbildung. Genau. Vielleicht könntest du dazu Fortbildungsverpflichtung, welchen Umfang empfehlen ist die SDK das? Genau. 30 Stunden empfehlen wir. Wenn man die Ärzte anguckt, das sind ungefähr Pi mal Daumen. Die rechnen das anders mit den Punkten im Zeitraum für fünf Jahre. Aber wenn man das anguckt, sind das ungefähr 40 Stunden. Und die Herausforderung besteht natürlich darin, dass man in einer gewissen Weise sicherstellt, dass das, was als Fortbildung dann besucht wird, auch Qualitätsstandards entspricht. Aber darauf können wir nachher gleich noch mal eingehen. Wenn wir jetzt den Blick stärker auf die Weiterbildung richten. Die Weiterbildung wird von der SWK empfohlen für verschiedene Gruppen und auch für unterschiedliche Funktionen. Um welche Karrierewege geht es der SWK? Vielleicht noch mal insgesamt. Weiterbildung hilft uns ja sehr, das System zu flexibilisieren. Und wenn ich noch mal erinnern darf an unseren dritten Talk oder ist das jetzt hier? Wie viel ist das? Ist egal. Der sechste. Wo wir halt den Quereinstiegs Master vorgestellt haben mit einem Fach. Und die Idee ist ja, dass man diesen Quereinstieg, den die Universitäten sehr gut organisieren können, weil er synchronisierbar ist mit dem klassischen Angebot der regulären Lehrerkräfteausbildung, das dann den ergänzt, um eine Weiterbildung in einem weiteren Fach. Und das machen wir zurzeit nicht oder nur wenige Universitäten machen das, weil das europäische Wettbewerbsrecht das für die Universitäten nicht besonders attraktiv macht, solche Angebote zu implementieren. Da kann aber Frau Tippelt nachher sehr viel mehr dazu sagen. Das ist ein Punkt, dass man so eine Lehrgänge hat, 60 Leistungspunkte, Module, wo man ein weiteres Fach studieren kann. Dann haben wir gesagt, brauchen wir im Grunde Weiterbildungs-Masterprogramme, zum Beispiel für bestimmte Leitungsfunktionen. Auch dort gibt es schon Studiengänge. Ich erinnere an den Studiengang in Kiel, Kaiserslautern oder jetzt neu in Tübingen. Und dazu braucht man eine systematische Kooperation zwischen den Universitäten und den Landesinstituten, um das wirklich auch in die Breite zu tragen. Das sind sehr erfolgreiche Studiengänge. Da kann Frau Jesser nachher viel mehr aus der Praxis dazu sagen, weil sie diesen Studiengang auch besucht hat. Ich fände es auch gut, wenn wir mehr Promotionsprogramme hätten, also das amerikanische Modell, dass wir auch ein Professional Doctorate hätten für Leute, die wir qualifizieren für Führungspositionen. Wir sprechen ja dauernd von evidenzbasierter Steuerung, evidenzbasierter Entscheidung. Da ist es ja unheimlich wichtig, das ist nicht dasselbe wie Lehrkraft zu sein und Unterricht zu halten. Es ist wichtig, diese Kompetenzen systematisch zu erwerben. Und ich fände es sehr attraktiv, solche Promotionsprogramme zu haben. Das wäre ein weiterer Punkt. Und wir haben aber auch noch eine Karriere Perspektive runter empfohlen. Das ist auch etwas, was in Österreich diskutiert wird und in anderen Bereichen. Nämlich mit einem Bachelorabschluss ein Teaching Assistant oder so eine Funktion, die dann Assistenzfunktion übernimmt. Auch das gibt es in der Medizin schon, sogenannte Physician Assistant, wo man aber, das ist jetzt erstmal ein Anstoß, wenn man das machen will, dann muss man einen Prozess in Gang setzen. Dann muss man diese Aufgaben ganz genau beschreiben. Man muss beschreiben, was eine Lehrkraft delegieren kann und man muss Unterricht auch anders organisieren. Man muss das orchestrieren, man muss die Aufgaben sozusagen ganz klar definieren und dann auch die Modi der Zusammenarbeit. Das finden wir aber auch sehr interessant. Vielleicht ist meine letzte Bemerkung. Wir haben ja jetzt schon unheimlich viele Leute im System, die im Zuge der Inklusion und der Forderung oder Übernahme bestimmter Funktionen ins Klassenzimmer reinkommen, die wenig qualifiziert sind. Wenn man sich England oder Wales anguckt, ist das ein Drittel der Beschäftigten, die im Grunde solche Assistenzfunktionen übernehmen, die aber dafür nicht qualifiziert sind. Das waren, glaube ich, die wichtigsten, wichtigsten Empfehlungen. Könntest du noch den Punkt Qualitätssicherung ausleuchten, also sowohl was in der Fortbildung anbelangt, als auch in der Weiterbildung? Welche Vorschläge macht die SWK hier? Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir wissen ja praktisch nichts über die dritte Phase. Wir haben einzelne Evaluationen und wahrscheinlich werden auch die Module oder die Angebote werden sicherlich evaluiert. Aber man weiß nichts. Man hat keine Daten darüber, passt das Angebot, wo gibt es Bedarf? Es ist wirklich ein Riesenbedarf an Qualitätssicherung. Wir können uns auch so etwas Ähnliches vorstellen wie Akkreditierungsverfahren von unabhängigen Einrichtungen, die auch die dritte Phase mit umfassen. Das ist sicherlich eine große Herausforderung. Wenn man das nicht so macht, dann muss man andere Formen der externen Evaluation und Qualitätssicherung entwickeln, die einerseits eine Evaluation der Angebote umfassen, aber auch ein Controlling dieser ganzen Dinge, die ich schon genannt habe, Bedarfsplanung und so weiter. Wir wissen ja, man kriegt das ja nicht raus. Ich habe ein Buch darüber gemacht und wir haben versucht, das rauszukriegen, wo man es rauskriegt, ist über parlamentarische Anfragen. Da kriegt man raus hier für Berlin, dass ein Drittel der Veranstaltung ausfällt. Und das ist mit dem Transparenzgebot, auch was die Verwendung öffentlicher Mittel betrifft, eigentlich nicht zu vereinbaren. Deswegen ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, diese Qualitätssicherung zu implementieren. Und zur Weiterbildung macht die SWK da auch für die zusätzlichen Studiengänge Empfehlungen? Ja, klar. Also da haben wir ja gesagt, für Funktionsstellen, unterschiedliche Funktionsstellen, das wäre sehr, sehr gut, wenn man da mit den Universitäten zusammenarbeiten könnte. Wie gesagt, es gibt ja schon Studiengänge und wir haben auch das Papier, was wir ja alle mit großem Interesse gelesen haben, was Frau Tippelt verantwortet hat. Die Tippelt ist Rudolf Tippelt, habe ich jetzt verwechselt, Entschuldigen Sie, Weiterbildungspapst von uns, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen. Und zu den Micro-Credentials, das ist natürlich ganz interessant, wenn man das wirklich schaffen könnte, dann kann man auch gut kooperieren, und gegenseitig Dinge anerkennen und damit dann im Grunde auch kompakte Weiterbildung, wo am Ende ein Zertifikat steht, vielleicht auch sogar einen Masterabschluss entwickeln. Wir haben jetzt echt so ein Fenster, das finde ich, ist mit dem Papier aufgemacht worden, was ich sehr, sehr gut finde, wo man jetzt gerade auch in die Gänge kommen könnte. Und vielleicht noch eine letzte Bemerkung, Isabel, wenn wir sehen, das zeigen wir ja immer, wenn wir das Gutachten präsentieren, dass die Studierendenzahlen so rapide runtergehen, und wir erst wieder 2000, wenn diejenigen, die 2014 geboren sind, in die Universitäten kommen, eine Veränderung sehen bei den inländischen Studierenden. Für uns sind eben in der Lehrerbildung die inländischen Studierenden maßgeblieben. Dann ist es vielleicht auch interessant für die Hochschulen, jetzt andere Programme, Weiterbildungsprogramme mit zu implementieren und hier ihr Angebot zu diversifizieren. Ja, bevor ich jetzt die Runde öffne, an die anderen Gäste noch eine Frage direkt im Chat an dich. Nachfragen zur Fortbildungsverpflichtung von 30 Stunden, auf welchen Zeitraum sich das bezieht? Das bezieht sie auf ein Jahr und entspricht ungefähr dann dem, was die, also die Mediziner haben noch 10 Stunden mehr ungefähr. Und es ist übrigens in Hamburg schon implementiert, das funktioniert. Also muss die fachliche, Herr Winters fragt nach, es muss nicht fachliche Fortbildung sein, das würde ich nicht sagen. Wenn jemand ein Problem hat, Riesenprobleme im Umgang mit Heterogenität oder mit Umgang mit herausfordernden Schülerverhalten, dann muss er da eine Fortbildung machen. Und deswegen muss diese Personalentwicklung an der Einzelschule, muss verknüpft sein mit dem, was man als Fortbildung dann empfiehlt. Wir haben ja auch unterschiedliche Ebenen der Fortbildung identifiziert. Einerseits die schulische Fortbildung, alle machen, das ganze Kollegium macht eine Fortbildung, weil die Schule einen bestimmten Schwerpunkt hat, Schule mit einem besonderen Schwerpunkt, Demokratiebildung. Das machen dann alle. Dann gibt es eben individuelle Fortbildung. Ich habe selbst einen bestimmten Fortbildungsbedarf. Zum Beispiel komme ich nicht klar mit herausfordernden Schülerverhalten, Schülerinnenverhalten. Dann mache ich eine individuelle Fortbildung. Dann gibt es die großen Fortbildungen, die an Programme angelegt sind, wie zum Beispiel Quamad, was wirklich wunderbar ist und auch ein ganz, ganz tolles Konzept entwickelt hat, um diese Fortbildung in die Schulen zu bringen. So, die Nachricht, die letzte wurde gelöscht. Dann gehe ich jetzt mal zunächst Frau Pikowski. Wie bewerten Sie denn die Empfehlungen der SWK aus Sicht der Landesinstitute, die ja Fortbildungsangebote machen? Wie sehen Sie das? Also zunächst würde ich ganz gerne eine Vorbemerkung wegschicken. Also zum einen, ich freue mich sehr, dass die dritte Phase der Lehrerbildung gerade in den letzten Jahren in den Blick gekommen ist. Mit Blick auf das, was Frau Thiel eben gesagt hat, dieses lebenslange Lernen von Lehrkräften. Ich habe ein Studium beendet und die Anforderungen ändern sich über die Jahrzehnte. Und von daher ist es auch wichtig zu sagen, wie kann die Fortbildung, also nicht die Weiterbildung, wie kann die Fortbildung gestaltet werden, um fachlich, fachdidaktisch und auch pädagogisch auf dem aktuellen Stand zu sein. Das war ja auch eine Frage im Chat. Geht es auch um die fachliche Fortbildung? Natürlich geht es auch um die fachliche Fortbildung, wenn neue Erkenntnisse sind. Ich würde gerne die Punkte, die Frau Thiel aufgemacht hat, einfach mal aus meiner Perspektive durchgehen und beginnen mit dem Punkt forschungsbasiert. Weil also auf der ersten Ebene kann ich sagen, natürlich kann man diese Forderungen alle nur unterstützen. Aber was heißt es konkret? Also bei der Forschungsbasierung geht es bei den Fortbildenden auch um die eigene Qualifikation. Also wie kann ich mich als Fortbildner weiterqualifizieren und ein Qualitäts- und Kompetenzprofil formulieren? Ich sehe es weniger defizitorientiert, muss ich sagen, wie in dem Gutachten dargestellt. Und von daher würde ich gerne aus der Sicht eines Landesinstitutes Dinge beleuchten. Es gibt in allen Bundesländern diese Landesinstitute. Die Aufgaben sind leicht unterschiedlich. Aber wenn man einen Schritt zurück geht, ist das Verständnis in allen Landesinstituten an einer Stelle vergleichbar. Wir sind Diener zweier Herren. Auf der einen Seite der Bedarf der Lehrkräfte, das systematisch erfasst werden muss. Da stimme ich Ihnen zu. Wir machen das auch. Wir fragen regelmäßig die Lehrkräfte, die Schulleitungen nach ihrem Bedarf ab. Und interessanterweise, weil auch immer wieder die Frage nach den fachlichen Fortbildungen kommt, das ist immer bei den Top 5 der Themen, die genannt werden, sind fachliche Impulse. Es sind aber auch vor allem Anfragen in Richtung, wie gestalte ich den Berufsalltag? Wie komme ich mit meiner Klasse klar? Wie mit zunehmender Heterogenität? Sprachförderung ist ein Thema, was immer stärker in den Fokus kommt, aber auch Umgang mit Krisen. Also diese Erfassung des Bedarfes ist wichtig, aber nicht nur des Bedarfes der Einzellehrkraft, sondern auch der Schulleitung, der Schule und auch Bildungspolitik und Bildungsadministration, um auch den zweiten Herren zu nennen, dem wir dienen. Weil Fortbildung ist ja nicht nur eine Professionalisierung der Einzelperson, sondern letztendlich auch ein Hebel, um bildungspolitische Impulse umzusetzen. Und forschungsbasiert bedeutet für mich nicht nur, die eigene Qualifikation in den Blick zu nehmen, sondern auch in Kooperation mit Hochschulen Impulse in die Schulen zu bringen. Auch hier würde ich gern wieder ein positives Beispiel nennen, die Masterclasses, wo wir wirklich Experten aus der Wissenschaft nehmen, die kurze Videoimpulse, um ein Beispiel zu nennen, aufnehmen und wir kontextualisieren diese Impulse in längerfristigen Fortbildungskontexten und Reihen kann man die einbetten. Vieles, was aus der Forschung kommt, bedarf auch der Übersetzung, der Rahmung im Schulalltag, damit es auch umgesetzt werden kann. Wichtig finde ich auch die Qualitätssicherung. Und auch hier würde ich nicht nur die Evaluation der Einzelangebote nennen, sondern, also das machen, glaube ich, alle Landesinstitute, dass man so auf der ersten und zweiten Ebene alle Angebote evaluiert und bei neuen Reihen auch den Blick von außen eine wissenschaftliche Evaluation durchführen lässt. Das sollte jedoch und könnte man noch viel systematischer machen. Und auch dazu haben wir selbst in den Landesinstituten überhaupt nicht die Kapazitäten und die Möglichkeiten, solche tiefergreifenden Qualitätssicherungen und Evaluationen durchzuführen, die auch bis auf die Ebene der Schüler und auf die Handlungsebene heruntergehen. Der letzte Punkt, den Sie angesprochen hatten, wenn ich nichts vergessen habe, war der ländergemeinsame Qualitätsrahmen. Also es gibt ja die Standards der Lehrerbildung. Die müsste man weiterentwickeln. Die müssen auch operationalisiert werden. Aber ich glaube, man muss auch sehen, welche Grundlagen gibt es schon, auf denen man aufsetzen und gemeinsam weiterarbeiten kann. Vielleicht an der Stelle zum Einstieg so viel, dass ich denke, es ist, also mir wäre wichtig zu sagen, nicht nur defizitorientiert schauen, sondern was gibt es schon. Ich glaube, alle Bundesländer machen auch so etwas wie eine Bedarfserhebung. Wir berichten auch kennzahlengestützt. Das, glaube ich, ist nochmal ein wichtiger Punkt, um ein landesweites Monitoring zu ermöglichen. Was auch bedarf, ist ein bundesweites Monitoring. Da könnte ich mir auch einen Bereich beispielsweise im Bildungsbericht vorstellen, also im nationalen Bildungsbericht über Fortbildung. Danke, Frau Pikowski. Frau Jesser, ich glaube, dass das jetzt sehr gut anschließen kann. Sie sind Schulleiterin und haben Lehrkräfte an Ihrer Schule, die Fortbildungen machen, denke ich. Sie überlegen vielleicht auch selbst, welche Fortbildungen Ihre Lehrkräfte des Kollegium brauchen. Wie nehmen Sie die Empfehlungen wahr und wie setzen Sie möglicherweise auch einen Rahmen für ein Fortbildungsprogramm? Ja, vielen Dank. Also das muss man ganz differenziert sehen. Zum einen, was dient der Schule? Wie gerade schon erwähnt wurde, wo kann ich eine Schulentwicklung weiter treiben, indem ich Kollegen und Kolleginnen zur Fortbildung schicke? Und zum anderen, was dient der individuellen Person? Also wo sind vielleicht jedoch Defizite, die dann aufgearbeitet werden müssen, um Qualitätsentwicklung zu betreiben? Und dann ist natürlich auch die Frage, wie wird der Transfer in den Schulalltag umgesetzt? Ja, also die Option für Multiplikation, biete ich die als Schulleitung? Also hier spreche ich jetzt aus Schulleitungssicht. Gibt es eine Plattform, wo dann natürlich auch das ganze Kollegium davon profitieren kann? Also ich habe das zum Beispiel in der GLK als Top 1 immer Berichte aus Fortbildungen und Arbeitsgruppen, damit auch das ganze Kollegium davon profitiert. So ist es bei mir. Ja, die Frage war vorhin im Chat. Ich weiß nicht, ob ich die gleich aufnehmen darf. Ist es angenehm oder ist es genehmigt, zu Fortbildungen zu gehen? Es ist schwierig, das pauschal zu beantworten. Es ist wie überall, es sind immer die gleichen, die gehen. Von daher kann ich das unterstützen mit diesen 30 Stunden. Auf der anderen Seite muss man schon auch mit Maß und Ziel agieren, weil wenn einer geht, muss jemand Vertretung machen. Und dann ist schon auch die Frage, was ist zielführend? Also von daher kann man das nicht mit Ja oder Nein, finde ich, beantworten. Es ist natürlich zu unterstützen, aber letztendlich muss ich als Schulleiterin das Ganze auch systemisch sehen und dann gucken, wofür das Ganze hin. Ja, dann vielleicht kann ich noch weiterführen. Ich habe auch eine kollegiale Fortbildung bei mir an der Schule. Ich habe eine Arbeitsgruppe zur kollegialen Fortbildung mit einer externen Expertin von der AEM. Die AEM hat ja auch in Kooperation mit der Uni Tübingen und ZSL diesen Masterstudiengang implementiert, den ich absolviert habe. Und es ist wunderbar, dass man da von der AEM dann auch externe Unterstützung für die Zielfokussierung sich buchen kann, sage ich mal, und dann einfach von außen nochmal einen Blick drauf hat. Ja, wichtig, was mir bei der kollegialen Fortbildung ist, ist schon auch, haben wir gemeinsame Werte, haben wir gemeinsame Ziele, wo wollen wir hin, weil sonst irgendwie läuft es aus dem Ruder und es sollte doch in die gleiche Richtung gehen. Und von daher war es mir schon auch wichtig, dann erst mal die Kollegen zu Fortbildungen zu schicken, ja, was sind tiefen Strukturen, wie sieht ein guter Unterricht aus, wie sieht ein wirksamer Unterricht aus, bevor sie dann auch in die kollegiale Beratung gehen. Und wir haben dann vielleicht letzter Satz dazu, Mittwochmittags immer Kooperationszeit bei mir an der Schule. Da gibt es dann keinen Zahnarzttermin und keinen Friseurtermin für die Kollegen. Da ist es geblockt und da ist dann auch ein Zeitfenster für sowas und das hat sich auch gewehrt. Also ganz pragmatisch Raum dafür schaffen, dass jeder dafür Zeit hat und dass ein klarer Ort auch hat an der Schule, wo man sich regelmäßig treffen kann. Frau Prakowski, Sie wollten direkt wahrscheinlich was dazu sagen. Vielleicht ganz kurz. Ganz kurz, weil ich das so wichtig finde, was Frau Jesser gesagt hat, diese Zeitfenster zu schaffen und auch, dass es in der Schule, die Schulleitung die Verantwortung dafür übernimmt. Das war mir wichtig, noch mal zu betonen. Und auch, dass wir nicht von Fortbildungsformaten immer ausgehen, von festen Tagungen, Kursen, die jemand besucht, sondern auch dieser Bereich schulinterne Fortbildung, aber auch, was ich bei uns sehe, was sogar stärker zunimmt als Fortbildungsveranstaltungen, sind die individuellen Formate. Diese Nachfragen nach Coaching, nach Supervision von Lehrkräften, die ebenfalls, also nicht one size fits all, sondern individualisierte Angebote. Frau Jesser, Sie haben schon darauf Bezug genommen, dass Sie den Masterstudiengang Schulmanagement und Leadership absolviert haben und quasi auch weitergebildet wurden zu einer Schulleitung. Können Sie uns trotzdem noch mal aus Ihrer Sicht schildern, was für Vorteile das für Sie gebracht hat, dass Sie quasi tatsächlich ausgebildet wurden für die Funktion der Schulleitung? Ja, vielleicht kann ich erst kurz mit meiner Biografie einsteigen. Ich war fünf Jahre Schulleiterin an einer kleinen Realschule in Heilbronn mit 350 Schülerinnen und habe, um diese Schulleitungsstelle zu bekommen, schon auch Fortbildungen besucht, ja, Frauenfit für Führung und so weiter und habe dann auch fünf Jahre diese Schule geführt und habe dann aber auch schon gemerkt, wenn ich so die Bildungspolitik und auch so die Wissenschaft verfolgt habe, naja, von Evidenzbasierung und datenbasierter Schulentwicklung habe ich da irgendwie noch gar nichts gehört. Und dann habe ich gemerkt, um eine Schule professionell zu führen und auch datengestützt, jetzt auch durch dieses schulische Datenblatt zu führen, brauche ich irgendwie eine Zusatzqualifikation, um professioneller, evidenzbasiert Schule führen zu können. Und ich habe auch gewusst, dass ich irgendwann an eine größere Realschule möchte und dann habe ich auch gemerkt, eine höhere Gesamtverantwortung braucht höhere Kompetenzen. Und dann kam dieser Studiengang zum Wintersemester 2021-2022 vom Hector-Institut für empirische Bildungsforschung von der Uni Tübingen an den Start, wie gesagt, mit ZSL, IBBW, was mir besonders zugesagt hat, weil es halt hier auch nochmal um die Daten ging und wir so dann direkt mit den Forschenden und auch Praxisbezug dann hatten. Wir hatten dann zum einen die Theorie Bildungswissenschaft und zum anderen den Praxisbezug. Und dieser Weiterbildungsmaster hat sich sehr bewährt, muss ich sagen. Also, ja, ich sehe auch Unterricht jetzt nochmal anders, die Qualitätsmerkmale von Unterricht. Auch Herr Professor Faut war dabei mit diesem Unterrichtsfeedbackbogen. Einfach nochmal den geschulten Blick da drauf von den Experten. Das hat mir wirklich sehr geholfen. Und auch der Blick noch über den Horizont durch andere Schulen. Frau Professor Thiel, Sie wissen es schon, ich habe von Singapur erzählt, von der Frau Slevka. Ja, und wir waren auch zusammen in Israel und haben auch dort nochmal Schulen kennengelernt. Einfach die Horizonterweiterung und dann trotzdem auch nochmal meine Schule im Vergleich. Und natürlich dann auch zu sehen, wo kann man Schule weiterentwickeln. Nicht nur ich mich jetzt persönlich als Schulleitung, weil als ich Schulleiterin wurde, ging es immer um mich. Ja, was ist eine kompetente Schulleitung? Wie führt man professionell? Aber das große Ganze, ich stehe ja am Kopf eines großen Betriebs, sage ich jetzt mal, wo bringe ich den hin und wie bringen wir den auch gemeinsam vorwärts? Das war mir schon nochmal wichtig. Und ich habe dann auch ein Datenteam gegründet. Es geht ein bisschen über das Thema hinaus, aber macht mir jetzt schon auch Spaß, nochmal mit einem anderen Fokus Schule zu führen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel erzählt. Nein, überhaupt nicht. Das war sehr interessant. Vielen Dank, dass Sie uns da einen Einblick gegeben haben, auch in die unterschiedlichen Aspekte dieser Weiterbildung, dieses Weiterbildungsmasters. Frau Tippel, ich habe jetzt gerade gedacht an die Universität Hamburg. Die hat ja so ein großes Emblem der Lehre, der Forschung, der Bildung. Und jetzt wollte ich fragen, welche Rolle spielt denn eigentlich die Weiterbildung, Weiterbildungsangebote an den Universitäten? Da steht ja bei diesem Dreiklang nicht der Weiterbildung. Wie stellen sich denn die Universitäten dazu? Ja, also ich würde gerne mal so einen kleinen Bogen irgendwie nochmal spannen. Und zwar vielleicht nochmal losgelöst auch von der Lehrerinnenbildung. Das Stichwort Weiterbildung ist in der Tat eine weitere Dimension, die uns Hochschulen, Universitäten und auch HAWen allen mit ins Gebetsbuch geschrieben wird. Schon alleine zunächst mal erst mal vor dem Hintergrund, dass wir schon feststellen, ich sage mal so ganz salopp, die Halbwertszeit des Wissens ist extrem kurz. Und ich habe zwar Mathematik studiert, aber in der Wirtschaftsinformatik bin ich gelandet. Und ich musste jährlich meine Lehrveranstaltung komplett upgraden. Und ich glaube, das geht allen so. Das heißt, die Studierenden, die die Hochschule verlassen, ja, also von dem, was sie gelernt haben an Wissen, wird vieles vereiltes sein. Dann geht es natürlich darum, mit welchen Kompetenzen schicken wir sie raus. Also auch hinsichtlich der Fähigkeit des lebenslangen Lernens. Und da kommen wir zu dem Punkt, dass wir als Hochschulen alle zunehmend gefordert sein werden. Das wissen wir auch, aber die Ressourcen stimmen noch nicht ganz in Klammern. Da komme ich dann gleich drauf. Aber wir werden alle gefordert sein, uns mehr und mehr auf dieses lebenslange Lernen, beziehungsweise ich sage immer gerne, lebenslange Begleiterin. Die Universität, die Hochschule als lebenslange Begleiterin, wo Studierende, die uns dann mal vielleicht verlassen, zu bestimmten Zeiten für kurze Sequenzen wieder zurückkommen, um bestimmte Kompetenzen, sei es in der Fortbildung oder in der Weiterbildung, also um auch bei der Differenzierung jetzt hier zu bleiben, voranzukommen. Das führt dann letztendlich dazu, dass wir natürlich diese Diskussion auch über die Formate führen. Und es kam ja schon das Stichwort auch mit den Micro-Credentials. Also Frau Thiel hat es ja auch erwähnt. Das ist ja auch etwas, was jetzt Land auf, Land ab auch letztendlich diskutiert wird. Wie kann man sinnvolle, kleinteilige Zertifikate stricken, die also zur Kompetenzerlangung für bestimmte Fähigkeiten dienen? So, und jetzt komme ich einfach nochmal zurück zur Lehrerinnenbildung oder Lehramtsausbildung. Ich muss an der Stelle sagen, ja, ich bin Vizepräsidentin für Digitalisierung und wissenschaftliche Weiterbildung. Und es gibt aber auch noch das Ressort Studium und Lehre. Und in dem Ressort Studium und Lehre wird sich mehr mit dem Thema Lehrkräftebildung auseinandergesetzt, während ich jetzt mit der wissenschaftlichen Weiterbildung so versuche, da einfach an der Schnittstelle ganz eng dran zu sein. Also nur einfach, damit Sie auch von meinem Background verstehen, weil ich ja von der HAW komme. Also wir machen selber keine Lehramtsausbildung, aber das Thema bewegt mich natürlich sehr, weil es eben genau in dieses Thema wissenschaftliche Weiterbildung rüberschwappt. Und es ist in der Tat so, dass die Universitäten, also wenn ich jetzt mal für die HRK sprechen darf, durchaus auch ihre Rolle sehen, also die Fort- und Weiterbildung gezielt voranzutreiben und mitzugestalten. Gerne natürlich auch sehr eng mit den jeweiligen Landesinstituten, ist auch völlig klar. Was natürlich schon fehlt, ist dann, wenn uns ins Gebetsbuch geschrieben wird, sage ich noch mal, die wissenschaftliche Weiterbildung voranzutreiben, ist eben auch die Finanzierungsthematik. Also es ist so, dass wir die Thematik, das möchte ich an der Stelle auch noch mal sagen, weil es eine ganz öffentliche, auch sehr politische Diskussion ist. Sie haben ja genau gesagt, also Forschung und Lehre und Transfer, das sind, sage ich mal, die letztendlich die Themen. Jetzt kommt die wissenschaftliche Weiterbildung noch dazu. Und das stellt uns natürlich vor ungeheure Probleme. Wir sehen uns aber in der Tat wirklich auch sehr bewusst in dieser Rolle, das auszufüllen. Vor dem Hintergrund setzen wir uns natürlich auch sehr stark dafür ein, dass so Programme wie die qualitätsoffensive Lehrerbildung als Bund-Länder-Programm auch etwas ist, was weiter fortgesetzt wird, weil wir einfach hundertprozentig davon überzeugt sind, dass wir das letztendlich auch brauchen. Ich möchte vielleicht noch auch noch mal einen Aspekt noch mal reinbringen. Mehrfach fiel so das Wort Professionalisierung. Und auch das ist etwas, was wir im Hochschulbereich diskutieren, auch gerade in Bezug auf andere Tätigkeiten. Also es war ja eben sehr eindrucksvoll, wie Frau Jesser auch berichtet hat, wie sie sich noch mal besonders darauf vorbereitet hat, diese Führungsrolle zu übernehmen. Also in der Vergangenheit, auch im Hochschulbereich, war ja eigentlich so ein bisschen so die Tendenz, na ja, eine Dekanin, ein Dekan oder eine Präsidentin oder ein Präsident. Wenn man eine gute Wissenschaftlerin ist, dann ist das erst mal relevant. Das hat sich ja in den letzten 10, 20 Jahren extrem geändert. Und wir wissen, auch hier brauchen wir bestimmte Qualifikationsmaßnahmen. Und auch ich habe davon profitieren können, als ich Vizepräsidentin für Studium und Lehre war. Und ich habe irgendwie gesagt, Mensch, irgendwie fühle ich mich nicht wirklich fit. Auch da gab es für uns damals schon ein Programm, das gibt es heute noch vom Zentrum für Hochschulentwicklung, Bestichwort Führung als Chance, wo wir als Vizepräsidentinnen eben trainiert wurden in Führungsthemen, also Leadership, aber auch Kommunikation, Hochschulpolitik. Also all das, sage ich mal, zu professionalisieren, was eigentlich nicht in unserer originären Ausbildung enthalten war. Also halte ich für extrem wichtig. Ist auch etwas, was in angelsächsischen Ländern gang und gäbe ist, aber in Deutschland ein bisschen mit Verspätung irgendwo gekommen ist. Und auch das ist ein Thema, da sehe ich uns als Hochschulen auch durchaus in der Lage, natürlich immer je nach Fachrichtung, dass wir und auch willens und in der Lage, dass wir auch in dem Bereich unsere Beiträge ganz wesentlich für die Lehrkräfte aus und Weiterbildung gerne auch Seiten- und Quereinsteiger, was es alles auch in dem Kontext schon gibt, einzubringen. In dem vielleicht noch ein letzter Satz, was wir beobachten, ist in der Tat auch gerade, was so diese ganzen Quer- und Seiteneinsteigerqualifikationen betrifft. Also ich sage mal einfach mal so, das ist für uns noch sehr unübersichtlich. Also ich glaube, da braucht es auch einfach nochmal ein bisschen Struktur. Aber ich denke, das ist auch ein ganz, ganz schwieriger Balanceakt, weil die Zeiten ja auch so extrem schnell gehen. Wenn ich mir nur einfach die Diskussion um die künstliche Intelligenz vor Augen halte, die wir jetzt überall diskutieren und wo wir uns überlegen, was bedeutet das für die Hochschule, was bedeutet das auch für die Schule, was bedeutet das für die Lehrkräfteausbildung und Weiterqualifikation? Da muss man teilweise natürlich auch versuchen, schnell dabei zu sein, was natürlich manchmal dem Anspruch der Wissenschaftlichkeit auch widerspricht. Das ist ein Spannungsfeld, was wir auch bedienen müssen, was aus meiner Sicht besonders herausfordernd ist. Aber das haben wir als Hochschulen auch in anderen Bereichen. Und das ist eine Herausforderung, der wir uns dann auch stellen. Vielen Dank, Frau Zippel, für dieses Statement, auf das Philippe Tassiel direkt reagieren will. Ich würde gerne, Frau Tippel, wirklich was ganz offen fragen. Das ist ja seit den 1990er Jahren spätestens eine Kernforderung oder Empfehlung des Wissenschaftsrats, dass die Universitäten die Weiterbildung als vierte Aufgabe stärker implementieren. Und wenn man ganz ehrlich ist, es ist wenig passiert. Wir haben ja hier in Berlin versucht, die Deutsche Universität für Weiterbildung zu implementieren. Mit dem Knet-Verlag hat das nicht funktioniert. Und es ist einerseits eine Frage der Finanzierung, andererseits aber auch eine Frage der rechtlichen Rahmenbedingungen. Ich habe ja schon vom europäischen Wettbewerbsrecht gesprochen. Die Öffentlichkeit darf ja gar nicht finanzieren, selbst wenn sie das wollte. Wir müssen das eigentlich als kostenpflichtige Angebote anbieten. Und zwar zu horrenden Gebühren, wenn man das durchrechnet. Wenn die Universität eine Vollkostenrechnung macht, sprich alles veranschlagt, was wir nutzen, in der Universität, also Räume, Infrastruktur, Digitalinfrastruktur und so weiter, dann ist das nicht mehr zu finanzieren für unsere Leute im Lehramt. Das mag jemand im Pharmazieunternehmen sein oder Medizinerinnen und Mediziner, aber bei uns ist das eine Schwierigkeit. Und Ihr Papier habe ich schon so verstanden und auch die Diskussion jetzt mit der Berliner Wissenschaftssenatorin, als hätten wir hier ein Fenster, als würde wirklich die Politik sich bemühen darum, diese Empfehlung vom Wissenschaftsrat jetzt auch mal in die Tat umzusetzen und diese Bedingungen zu aktiv zu verändern. Ich weiß, europäisches Recht verändert man nicht so schnell. Aber wenn wir das nicht tun, dann werden wir immer nur so kleine Basteleien haben. Es gibt keinen Anreiz für die Universitäten, das zu machen. Das ist immer ein Zusatzgeschäft. Und ich halte es aber für sehr, sehr wichtig und organisationell bietet ja Ihr Papier mit diesen Mikroplenzen genau die Möglichkeiten, dass wir mit den Landesinstituten auf der Basis gegenseitiger Anrechnung auf der Grundlage eines Qualifikationsraums dann arbeiten. Aber die Anreize haben wir halt nicht. Ja, in der Tat, also der politische Wille ist da. Ich beobachte durchaus, aber nun ist halt, also auch Wissenschaft und Bildung ist ja auch immer Ländersache. Man muss ein bisschen in die Ländergesetze einfach auch mal reinschauen. Also wir sind ja hier zum Beispiel in Brandenburg verortet. Wir haben seit 2004, 2005 ein Aninstitut, wo wir in der Tat das genau so machen, wie Sie beschrieben haben, gebührenpflichtige Masterprogramme sozusagen für die Hochschule durchführen lassen. Die gebühren lassen halten sich in Grenzen. Und wir haben dort auch, sagen wir mal, durchaus institutionelle Kooperationen. Also, dass nicht die einzelnen Personen zahlen müssen, sondern eben bestimmte Institutionen. Also in unserem Fall, das muss man auch mal sagen, also jetzt komme ich natürlich so ein bisschen so in die Bedrohle. Die Lehrerausbildung, Lehramtsausbildung in Brandenburg ist an der Uni Potsdam verortet. Nichtsdestotrotz haben wir mit dem Bildungsministerium genau über dieses Institut eine Vereinbarung, wo wir fachlich in Informatik Lehrkräfte sozusagen fachlich unterrichten. Und dann wickeln wir die Finanzströme sozusagen über das Ministerium letztendlich ab. Also es ist in der Tat so, dass wir insbesondere im Masterbereich bei uns in Brandenburg schon Freiheiten haben und gestalten dürfen. Im Bachelorbereich ist es noch schwieriger, besonders wenn der erste sozusagen qualifizierende Hochschulabschluss, berufsqualifizierende Hochschulabschluss kostenfrei sein soll aus politischen Gründen. Es ist extrem schwierig, auf diesem Level etwas anzubieten. Aber in der Tat, also der Druck wird schon erkannt. Systematische Lösungen bundesweit sehe ich so nicht. Aber es ist in der Tat so, dass einfach auch die Nachfrage natürlich steigt und auch einfach die Notwendigkeit erkannt wird. Ob das an der Schule ist, wo man sich auch natürlich, also lebenslang irgendwo vielleicht noch mit mehr Nachdruck weiterqualifizieren muss. Aber das ist in allen anderen Bereichen nicht anders. Und ich gehe davon aus, dass wir also rein, vielleicht nicht die Gesichter, die einzelnen Gesichter, aber dass wir die Personen, die ich jetzt hier verabschiede mit einem Bachelor oder mit einem Master, dass wir die alle irgendwann mal wiedersehen werden. Und dafür braucht es natürlich dann auch die richtigen Rahmenbedingungen. Aber wie gesagt, ich sehe da schon gewisse politische Öffnungen. Aber es ist in der Tat, ich gebe Ihnen noch dazu, gebe Ihnen recht, es ist in der Grundfinanzierung nicht ansatzweise erteilt. Frau Pikowski, Sie hatten sich auch noch direkt gemeldet, als Frau Tippel was gesagt hatte. Haben Sie Ihre Hand mit Absicht oben? Dann bitte ich Sie. Und danach würden wir einsteigen in den Chat. Also gerne stellen Sie jetzt weiter Ihre Fragen. Die ersten haben wir schon gesammelt. Frau Pikowski. Also auch direkt dazu, allerdings mehr mit dem Blick auf die Fortbildung. Also Sie hatten das Stichwort Qualitätsoffensive Lehrerbildung genannt. Und ich glaube, das war für mich das Stichwort, als ich die Hand gehoben habe. Weil ich glaube, es ist wichtig, da auch in längeren Linien zu denken, auch zeitlich längere Linien, damit die Angebote auch in der dritten Phase, also auch in der Fortbildung ankommen können und nicht nur in der ersten und zweiten Phase. Auch hier sind wir wieder an dem Thema Forschungsfinanzierung. Und wenn wir eine systematische Kooperation wollen zwischen Wissenschaft und Landesinstitute, muss auch der Bereich der Finanzierung der Systeme mit in den Blick genommen werden, dass auch beispielsweise Landesinstitute drittmittelfähig sein müssen, um auch Ressourcen für diese Entwicklungsarbeiten einsetzen zu können. Und ich wünsche mir an der Stelle auch so etwas wie eine stärkere Durchlässigkeit der Systeme, erste, zweite und dritte Phase der Lehrerbildung, um auch Beispiel, Also ich mache mal ein ganz kleines Beispiel. Wieso ist es nicht möglich, dass ein Hochschullehrer auch Teile seines Deputats mal in der dritten Phase erbringen kann, wenn im Gegenzug die Finanzierung oder ein Gegenangebot kommt? Es muss ja an die Hochschule was zurückfließen. Aber so etwas zu erproben, zu evaluieren und dann vielleicht auch in die Fläche zu geben, halte ich für sehr, sehr lohnenswert. Also das unterstütze ich sehr. Also ich will das jetzt, wenn nicht weiter vertiefen, aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Gedanke, ja. Im Chat hat es sehr viele Nachfragen gegeben zur Fortbildungsverpflichtung, die die SWK empfiehlt. Und zwar, Felicitas, vielleicht kannst du dazu noch mal ein Statement geben. Die Frage ist, sind 30 Stunden eigentlich ausreichend untergerechnet auf die einzelnen Wochen? Dann hat ein Teilnehmer gefragt, ist denn eigentlich Coaching Teil der Fortbildung? Macht das auch, ist das auch quasi ein Format? Und ist es nicht so eine Fortbildungsverpflichtung ohne Sanktionen? Auch ein zahnloser Tiger hat, glaube ich, derjenige im Chat geschrieben oder diejenige. Wenn es quasi keine Folgen gibt, wenn man diese 30 Stunden nicht ausschöpft, muss man dann nicht eigentlich auch Mechanismen dahinter legen? Und die Frage hatte vorhin auch schon Frau Jesser aufgerufen. Ist es nicht auch eine Belastung für Lehrkräfte, wenn die nicht ohnehin schon eigentlich viel Unterricht vertretungsweise geben und so weiter? Zusätzlich noch diese Fortbildungsverpflichtung einzulösen und auch für die Schule fällt möglicherweise dann weiterer Unterricht aus. Kannst du dazu? Ja, das waren jetzt eine ganze Menge, 30 Stunden aus. Ich finde, das ist ein Anfang. Hamburg macht das. Man kann sagen, man kriegt es hin. Die haben allerdings auch ein Arbeitszeitmodell. Das will ich nicht verschweigen. Da funktioniert das natürlich einfacher, wenn man die Sache auch bepreist. Gehört Coaching dazu? Selbstverständlich. Ich stelle mir das so vor, wie das die Ärzte machen. Wir brauchen eine Zertifizierung der Angebote. Das machen dort die Kammern. Die haben die nicht. Also wir müssen sowieso stärker nachdenken über Zertifizierungsstrukturen. Das gilt auch für digitale Tools. Wir haben, es gehört jetzt nicht hier rein, die Schulbuchzulassung abgeschafft. Das ist eine Riesenschwierigkeit für Zuleitungen, sich zu orientieren. Dasselbe gilt für die Fortbildung. Auch hier brauchen wir irgendeine Art von Konsumenten-Informationssystem. Und dazu gibt es ja aus anderen Bereichen genug Überlegungen. Coaching selbstverständlich, wenn es gutes Coaching ist. Und wir brauchen natürlich einen Qualifikationsrahmen, wo wir klar machen, welche Angebote sind angeboten, welche Formate und so weiter. Sanktionen. Wir brauchen keine Sanktionen. Wir haben eine Schulleitungsfunktion in den allermeisten Ländern. Wir haben uns das angeguckt für eine Publikation, wo Personalentwicklung im Zentrum steht. In den allermeisten Ländern machen Schulleitungen Unterrichtsbesuche. Sie führen Mitarbeiterinnen-Gespräche und sie machen Zielvereinbarungen. Und die Schulleitungen können das sanktionieren, können das auch einklagen bei den Lehrkräften. Und natürlich müssen wir dafür sorgen. Und das ist ja eine Frage, die jetzt nicht gestellt wurde, die aber sonst immer gestellt wird. Und deswegen bringen Sie mal selbst ein, dass wir natürlich gute Fortbildung brauchen, weil das wird uns ja vorgeworfen. Viele sagen, es braucht doch erstmal die Bedingungen dafür, dass ihr gute Fortbildung, qualitativ hochwertige Fortwehr, dann können wir über eine Verpflichtung reden. Das haben wir jetzt aber die letzten zehn Jahre versucht und es hat nicht geklappt. Deswegen denke ich, es ist sinnvoll, beides zu tun. Eine Verpflichtung und dann wird sich auch entsprechend Protest kriegen, wenn es auf der anderen Seite kein Angebot gibt. Wir haben ja auch, vielleicht ist noch mal eine letzte Bemerkung, im Rahmen der autonomen Schule auch Fortbildungsbudgets. Das heißt, Frau Jeser kann jetzt auch sagen, ich möchte einen Teil meines Budgets dafür nutzen, um genau für unsere Schule datenbasierte Unterrichts- und Schulentwicklung für den Mathematikunterricht voranzubringen. Da brauchen Sie gar nicht das Budget, weil da kriegen Sie ja eh Quamad. Aber nehmen wir irgendein anderes Beispiel oder Umgang mit Störungen. Da wollen wir jetzt dran arbeiten. Wir wollen eine Schulstation implementieren und so weiter. Wie machen wir das am besten? Das geht ja auch noch. Und wichtig ist, das sehe ich eben auch, ich gebe übrigens auch viele Fortbildungen an Schulen, wenn ich Zeit habe zum Umgang mit Störungen. Aber wir sehen eben so viel Mist auch auf diesem Markt, weil die Schulleitungen häufig gar nicht in der Lage sind und keine Informationen darüber haben, ist das gut? Hilft das was? Ist das evidenzbasiert oder nicht? Und deswegen muss man dieses ganze Paket, muss man sich an. Zum letzten Punkt Belastung. Also ich glaube, für eine Lehrkraft ist es eine viel größere Belastung, wenn sie mit, wenn sie mag, sie hat für ein bestimmtes Problem keine Lösung im Klassenzimmer. Und sie kann ihre Strategien nicht ändern, weil sie einfach nicht weiß oder keine Ideen hat. Wie könnte ich was anderes machen, als eine Fortbildung zu besuchen? Ich glaube, Frau Jesser meint ja auch eher, dass es für eine Schule eine Belastung ist, weil sie ja das Deputat abdecken muss. Und wenn dann jemand fehlt, dann ist das natürlich ein Problem. Aber individuell ist das keine Belastung, wenn man freigestellt wird für die Fortbildung. Bevor ich jetzt gleich Frau Jesser und Frau Pikowski das Wort, noch eine Nachfrage dazu aus dem Chat. Gesund-Erhaltungs-Fortbildung, auch mit Blick auf Belastung. Sind die auch Teil dieser 30-Stunden-Verpflege? Ja, natürlich, selbstverständlich. Wir müssen uns überlegen, was soll da rein? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Ikebana oder was weiß ich Teil der Fortbildung sein soll. Ich habe mir das mal für Berlin angeguckt und es waren abstruse Angebote dabei, die sich irgendjemand ausgedacht hat. Und da dachte ich mir, es ist schon sinnvoll, dass man drauf guckt und überlegt, was braucht man. Aber so was, Gesundheitserhaltung ist natürlich ein absolut wichtiges Thema der Fortbildungen. Frau Jesser, bitte. Ja, vielen Dank. Also beim Mitverfolgen dieser Diskussion fiel mir so ein bisschen die Parallele auf dieser Negativkonnotation zu Fortbildungspflicht wie zur Schulpflicht. Also wenn ich viel Schulabsentismus habe, dann sage ich oft, ein Kind hat ein Recht, in die Schule zu gehen und man muss auch dieses Recht einfordern. Und so ähnlich finde ich es jetzt auch bei der Fortbildung. Man hat ein Fortbildungsrecht. Also Pflicht hört sich für mich immer so negativ an. Jetzt muss ich auch da noch hin und so. Und wie Sie sagen, Frau Professor Thiel, wenn die Kollegen zurückkommen und zwar eine gute Fortbildung, eine qualitätsvolle Fortbildung, dann war es gar keine Belastung, sondern hat man wieder Motivation, in den Unterricht zu gehen. Und von daher, also keine Belastung, das haben Sie ja schon vorhin gesagt. Ja, das wollte ich nochmal ergänzen. Danke. Und die Kowski. Ja, ich würde auch gerne dieses Thema Anreize nochmal stärker stellen. Also nicht nur die Belastung sehen, sondern auch was habe ich individuell und als Schule davon von Fortbildung und von es dient der Gesunderhaltung und der Funktionsfähigkeit im Beruf. Ich glaube, wichtig ist zu sehen, es ist eine beidseitige Verpflichtung. Auch die Anbieter haben eine Verpflichtung, nicht nur die Lehrkräfte und Schulleitungen, die Fortbildungen besuchen. Und deswegen glaube ich, wäre es für mich auch eine wichtige Lösung zu sagen, man labelt die Angebote. Also welchen Kompetenzbereich wird denn angezielt mit der Veranstaltung, mit diesem Angebot? Wie ist der zeitliche Umfang? Sind das evaluierte Angebote etc.? Sodass auch eine bessere Orientierung möglich ist. Und ich glaube, neben Schulleitungen würde ich auch gerne noch Schulaufsicht scharf stellen an der Stelle, die auch eine Funktion im System haben, die aber ähnlich wie Schulleitungen auch Qualifizierung brauchen, um diese Aufgaben zu erfüllen. Frau Tipper? Ja, ich habe sozusagen zwei Gedanken. Einmal das Thema, was auch Frau Professorin Thiel aufgegriffen hat, das Thema Qualitätssicherung. Also was ist denn jetzt eine gute Weiterbildung? In der HRK gab es oder gibt es ein Projekt, das nennt sich Modus, Modularisierung und Durchlässigkeit im Studium. Und ich war auch in einer Werkstatt mit dabei, wo es genau um Anrechnung und Anerkennung von diesen Micro-Cadentials ging. Und da hatten wir dieses Thema auch, wie sieht es mit der Qualitätssicherung aus, beziehungsweise wie kann man das zertifizieren? Ich möchte einfach nur noch mal darauf hinweisen, dass wir als Hochschulen seit Jahren mit dem Stichwort Akkreditierung beschäftigt sind. Viele von uns sind, wie man sagt, System-Akkreditiert. Das heißt, sie haben nachgewiesen, dass sie ein gutes Qualitätsmanagement-Sicherungssystem für Studium und Lehre haben. Und die Empfehlung, die da rauskam aus unserer Gruppe war, um Gottes Willen, wenn wir als Hochschule Micro-Credentials anbieten, jetzt egal für wen, nicht noch mal ein Parallel-System, sondern es muss sozusagen integriert werden in das QM-System der Anbieter-Hochschule. Das wollte ich, also wir hätten da als Hochschule, haben da eine ganz klare Position, also nicht noch mal ein Add-on, sondern unsere Qualitätssicherungssysteme sozusagen nutzen. Das war der eine Gedanke. Und der zweite Gedanke, der kam mir eben auch noch mal auf mit Weiterbildungspflicht und Ähnlichem. Ich kann das alles gut nachvollziehen. Wir haben in der Hochschule, ich führe ja auch Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen, und das geht um hochschuldidaktische Weiterbildung und Anreizsysteme. Und wir sind ja keine ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrer. Wir haben ja sozusagen eine ganz andere Biografie. Umso wichtiger ist mir persönlich, dass wir das alle mal nutzen. Und in der Tat, also ich versuche es, die Möglichkeiten haben Sie nicht so, aber gleich bei der Einschüpfung, möglicherweise nicht, das weiß ich nicht, aber eben mit Lehrdeputatsminderungen einfach auch mal Luft zu schaffen. Das ist das eine. Aber das ist natürlich schwierig, wenn man zu wenige Kolleginnen und Kollegen hat und die Stunden da sind. Das ist auch bei uns so. Aber was ich als Wert herausstelle und was wir alle auch irgendwo bestätigen, ist sicherlich die Thematik, dass man Zeit aufbringt. Und vielleicht auch nicht jede Weiterbildung jetzt, sage ich mal, von der Form so ist, dass man jetzt sagt, oh, das ist jetzt wirklich der Kracher. Manchmal geht man ja auch zurück und sagt, hat seine Zweifel. Aber der große Mehrwert, der mir immer wieder gespiegelt wird und den ich auch selber persönlich erlebt habe, ist ja das Netzwerk, was man dabei gewinnt. Das heißt, in dem Moment, wo ich mit Gleichgesinnten in einer solchen Konstellation bin, also ich habe aus meiner Weiterbildung, das war 2014, ich habe immer noch Kontakt. Und das bedeutet, manchmal hilft es ja einfach, noch mal kurz durchzurufen oder zu sagen, ich habe hier ein Problem oder im Sinne einer kollegialen Fallberatung. Also ich wollte sagen, die Ketteneffekte, wenn man so etwas macht, sind natürlich dann auch total hilfreich. Und das versuche ich dann meinen Kolleginnen und Kollegen auch dann immer wieder auch noch mal klarzumachen. Ist jetzt nicht sonderlich systematisch, aber es ist nicht zu unterschätzen, dieser Netzwerkeffekt und dieses Gruppenfeeling und die Möglichkeit, sich kollegial auch über die nächste Zeit zu unterstützen. Also im Chat gibt es eine ganze Reihe von Fragen, die sich damit befassen, auch mit Evaluation und Akkreditierung, Qualitätssicherung, dass das eben im Prinzip auch eine Ressourcenfrage ist. Wenn eigentlich Fortbildung, Weiterbildung schon nicht ausfinanziert sind, wer kann die Evaluation machen? Wissenschaften werden im Chat immer wieder genannt, beziehungsweise die Universitäten. Aber wer finanziert das dann am Ende mit welchen Ressourcen? Und unter der Überschrift Ressourcen auch das Bedauern, wie eigentlich Professoren an Schulen oder in Landesinstituten Fortbildungen geben können und wer das eigentlich finanzieren kann oder ob man das nicht anerkennen kann? Ich glaube, Frau Tippett, das ist genau Ihr Thema. Ja, in der Tat. Also das ist natürlich wirklich etwas, wo wir im Sinne der Durchlässigkeit, also Sie hatten es ja auch wirklich schon angesprochen, Frau Piotrowski, da auch mehr Flexibilität brauchen. Also da arbeiten ja nun so unterschiedliche Player. Also wir müssen alle zusammen arbeiten und wir haben alle gemeinsam ein Ziel. Und ich sehe, also bei uns im Bundesland sehe ich Bewegung in diesem Kontext. Also das kann ich, ich kann jetzt aber nicht für alle sozusagen sprechen, aber die Notwendigkeit wird in der Tat erkannt, weil ansonsten auch die Motivation seitens der Professorinnen und Professoren natürlich nicht die größte ist. Also von daher muss das schon zusammenspielen. Also ja, mehr kann ich da eigentlich im Moment nicht dazu sagen. Ja, Herr Dasch, da hat im Chat zweimal die Frage aufgeworfen, Transparenzgebot und Datenverfügbarkeit. Was wissen wir eigentlich über das Fortbildungsangebot und das Fortbildungssystem? Und man müsste eigentlich darüber viel mehr herausfinden und auch die Wirksamkeit. Frau Piotrowski, Sie leiten ja ein solches Institut. Und wie könnte man dem nachkommen? Das könnte möglicherweise auch die KMK-Leisten Länder übergreifen, dass das nicht nur in einzelnen Ländern transparenter wird, sondern eben auch für alle. Ich hatte ja in meinem ersten Statement einen Wunsch geäußert und den würde ich gerne nochmal wiederholen. Das ist auch ein bundesweites Monitoring, zum Beispiel im nationalen Bildungsbericht. Ich glaube, Kennzahlen ist Schritt eins. Also wissen, was es gibt. Und man muss auch nicht jedes Angebot wissenschaftlich evaluieren. Aber größere Programme sollten, bevor sie in die Fläche gehen, wir haben ja immer dieses Qualitäts-Quantitäts-Dilemma, bevor wir in die Fläche gehen, sollten große Programme evaluiert werden. Auf der anderen Seite nochmal ein ganz anderes Plädoyer auch für kleinere, agile Formate. Also wir haben als Landesinstitute in der Pandemie unwahrscheinlich gepunktet mit schnellen Angeboten für Schulen, die nicht qualitätsgesichert waren im ersten Schritt. Also die Schulen, ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel, Hygieneregeln. Ganz schnell Angebote aufzusetzen mit Gesundheitsämtern, mit der Universitätsmedizin, um Schulen Orientierung zu geben. Die müssen nicht wissenschaftlich evaluiert werden. Aber ein Programm wie BIS oder QUAMAT sehr wohl, wenn es alle Schulen flächendeckend dauerhaft erreichen soll. Anizita hat sich gemeldet. Ob ich das noch ergänzen? Ja, es ist wunderbar. Also das empfehlen wir natürlich auch, dass die Weiterbildung mit ins Bildungsmonitoring aufgenommen wird. Aber ich glaube, Frau Daschner meint hier schon nochmal was anderes. Also Controlling ist eine Kernaufgabe der jeder Organisation. Deswegen kann man auch nicht sagen, wir brauchen da jetzt eine extra Institution, sondern diese Daten muss man aufberaten. Wir leben im Zweitalter der Digitalisierung. Für mich völlig unverständlich, warum wir nicht wissen, wie viel Produkungen Fortbildung ausfallen. Wir wissen das nicht in Berlin. Ich bin im Qualitätsbeirat. Das finde ich schwierig. Das ist eine gigantische Ressourcenverschwendung. Insofern hielt ich das schon für sehr, sehr wichtig. Und dann, wo muss man evaluieren? Man braucht funktionierende Fortbildungen. Das heißt, die Trainingsvorragungen, das haben wir bei Quamart, das haben wir bei BIS. Wir machen das, ich kann das ganz persönlich sagen, wir haben eine Fortbildung zum Klassenmanagement, die funktioniert prima. Ich habe überhaupt keine Anreize. Das ist wieder das Problem, was Frau Tippe auch gerade schon gesprochen hat, das auszurollen, weil es keine systematischen Strukturen gibt, in denen wir zusammenarbeiten. Für uns gibt es keine Anreize. Für mich ist das ein Zuschussgeschäft. Also solche Dinge müssen wir klären. Und wir brauchen evidenzbasierte Angebote. Und wir haben jetzt ganz viel in der Wissenschaft entwickelt, in der qualitätsoffensive Lehrkräftebildung. Und das muss nicht nur in Mathe und Deutsch in die Landesinstitute, sondern in all den anderen Fällen auch, wo wir teilweise wirklich Angebote haben, wo mir die Haare zuvor gestehen. Was ist das denn für ein Zeug? Mit den Larnstilen zum Beispiel, das ist totaler Unsinn, aber das ist absolut beliebt. Und das müssen wir uns eben genau anschauen. Das fände ich schon wichtig. Und Transparenz auch im Hinblick auf Finanzierung. Da kann Herr Dasch nur mehr sagen, der darf heute nicht als ich. Deswegen spreche ich es auch nochmal an. Auch da wissen wir nicht, wo ist das ganze Geld? Wie viel Geld ist wo? Darf ich noch mal? Direkt dazu? Ja, das reizt mich schon. Also wenn ich sage, ich hätte das gerne im Nationalen Bildungsbericht, dann hätte ich das gerne, weil es bundesweit sich vergleichbare Zahlen wären. Natürlich gibt es auch kennzahlengestützte Berichterstattung, die auch transparent ist. Und wir haben, also ich kann Ihnen sagen, was jede einzelne Fortbildung kostet. Aber es ist keine Vollkostenrechnung, die vergleichbar ist. Das ist immer nur landesintern vergleichbar. Also da muss man ein Stück weitere Transparenzebenen einfügen und weitere Kennzahlen noch entwickeln. Aber machbar ist das. Darf ich kurz nach, Frau Pekowski? Ist bei Ihnen öffentlich einsehbar, wie viel Fortbildungen ausfallen? Ja. Okay. Okay. Ich würde gerne noch mal stärker auf die Schule selbst und auf die unterschiedlichen Karrierewege in der Schule. Welche Personen sind in der Schule? Frau Tippe, Sie haben vorhin das so etwas salott gesagt. Sie haben gar nicht so einen Überblick, was es alles für Möglichkeiten im Moment gibt, für Quereinsteiger irgendwie in die Schule zu kommen und was die Universitäten und Hochschulen da alles anbieten. Vielleicht kannst du noch mal dieses System auch, das sich dir SWK vorstellt oder im Hintergrund schwebt, erläutern mit den unterschiedlichen Karrierewegen, die in die Schule führen. Ja, das ist in unserem System sehr, sehr schwierig, dass man akzeptiert, dass es mit der steigenden Komplexität eine Diversifizierung von Aufgaben geben muss, um diese Komplexität zu bearbeiten. Das gilt für so etwas wie Digitalisierung. Das kann nicht eine Lehrkraft machen, da braucht man eine Funktionsstelle. Das gilt für Inklusion. Special Needs Coordinators haben wir als Beispiel genannt für eine Funktionsstelle. Das gilt aber genauso, wie Frau Pikowski das vorher sagte, für Leute, die Fortbildung machen. Auch das ist eine Funktionsstelle. Und was wir hier überhaupt nicht haben, ist eine Verknüpfung von Aufgabenprofilen, von Laufbahnen und von Weiterbildungen, die dazu passen. Und wenn Sie in die Schweiz gucken, da gibt es eine sehr, sehr interessante Debatte mit den Hochschulen. Da gibt es von den Swiss Universities auch ein Papier dazu für die Lehrkräftebildung. Und da wird es genau runterbuchstabiert und da braucht man drei Akteure, die zusammenwirken. Die Politik, Verwaltung inklusive Landesinstitute, die Universitäten und die Verbände. Und wir brauchen Qualifikationsrahmen für jede einzelne Funktionsstelle. Und wir haben uns die Schulleitungsqualifikationen angeschaut. Die Profile sind völlig unterschiedlich in den Ländern. Also nicht völlig, aber doch in weiten Teilen. Zum Beispiel kommt Unterrichtsbeurteilung vor als Profilelement. Und sie variieren beträchtlich im Umfang zwischen 5 und 33 Tagen. Das ist wirklich schwierig. Und ich weiß, dass die KMK da dran sitzt, so einen Rahmen zu machen. Ich bin noch leider noch nicht eingeladen worden, da mal auch unsere Expertise vorzustellen. Wir haben das ja wirklich sehr, sehr differenziert auch angeschaut. Aber das müssten wir jetzt machen. Und dann können die Hochschulen auch sagen, das interessiert uns. Da können wir was beitragen. Und wir haben zum Beispiel Leute im Bereich Wirtschaftswissenschaften, die da Beitrag leisten können. Es würde für uns sich lohnen, so einen Masterstudiengang aufzusetzen oder auch im kleineren Umfang einen Lehrgang oder wie auch immer. Und ich finde, jetzt ist eine gute Zeit. Ich habe es vorher schon gesagt. Wir haben sinkende Studierendenzahlen auf der einen Seite. Wir haben die Debatte, die durch die HAK angeschoben wurde. Wir haben eine Bereitschaft auf Seiten der Politik, sich das Kapazitätsrecht nochmal einzuschauen. Und da müssen wir zusammenwirken. Das fände ich super. Frau Jesser, ich habe eine Frage im Chat. Da habe ich das Gefühl, die würde ich am liebsten erst mal an Sie stellen. Da schreibt eine Chatteilnehmerin, ich fände es auch gut, wenn Professoren regelmäßig an die Schulen gingen, um die Probleme vor Ort mitzubekommen. Was sagen Sie dazu? Sie haben gesagt, Sie haben ganz stark davon profitiert, an die Universität zu gehen. Denken Sie umgekehrt? Das wäre gut, das so in beide Richtungen zu spielen? Ja, denke ich schon. Also ich denke, das wäre eine Win-Win-Situation, auch für die Professorinnen und Professoren mal an der Basis zu sehen, wie es tatsächlich aussieht oder tatsächlich nicht aussieht. Natürlich müsste man gucken, wie man das organisiert, um das Ganze irgendwie einzuflechten. Das Ganze müsste dann wahrscheinlich schon über ein längerer Zeitraum sein, ein Semester oder so. Oder halt am Nachmittag dann, wie man das dann letztendlich umsetzt, weiß ich nicht, dass es eine Fortbildungsreihe oder sowas gibt. Aber dieser Wissensdurst nach guten Fortbildungen, den haben meine Kollegen schon. Weil wenn sie dann zurückkommen und sagen, es hat sich nicht gelohnt, die Zeit, die ich investiert habe, dann ist Frust, Fortbildungsfrust. Und wenn die wirklich gut sind, die Fortbildungen und das erwarte ich oder denke ich dann von so einem Format, dann wäre das wirklich gewinnbringend. Also herzlich willkommen an meiner Schule. Ja, ich wollte noch gerne noch was anderes ergänzen. Auch die informellen Fortbildungsmöglichkeiten. Es ist auch interessant, also ich nehme auch Lehramtsprüfungen ab zum zweiten Staatsexamen und komme an verschiedenen Schulen rum. Und wenn ich da so im Lehrerzimmer sehe, was denn da so für Zeitschriften abonniert sind und was da so an Literatur steht. Ich denke, da kann jede Schule mal vor der eigenen Haustür kehren. Ja, also das möchte ich auch noch mal ins Gedächtnis rufen, was man denn dann da so für Literatur hat. Also das wäre schon auch wichtig, noch mal sich anzugucken. Frau Tüppel, bitte. Ja, ich würde noch gerne einen Gedanken reinbringen, der mir schon vorab vor der Diskussion durch den Kopf geschossen ist und der jetzt gerade noch mal wieder deutlich wurde, gerade wenn es um die Akzeptanz, um Fortbildung geht oder die Frage eben, ja, also ist das jetzt für mich eine Belastung oder ist das jetzt wirklich gut? Wenn ich mir mal angucke, wie wir bei uns an der Hochschule, insbesondere im Masterstudiengang mittlerweile lehren, also wir begreifen uns ja, weil einfach die Zeit auch so schnell voranschreitet, viel mehr als Lernbegleiterinnen als jetzt diejenigen, die jetzt genau wissen, wie es geht. Und das bedeutet, wir versuchen auch, unsere Masterstudierenden mit reinzunehmen und mit ihnen gemeinsam die Themen zu erarbeiten, weil man ja manchmal auch bei den aktuellen Themen als Professorin nicht deutlich weiter ist. Ich sage es mal gerade, in besonderen fachlichen Dingen ist es so. Also zum Thema KI, als ich studiert habe, da war gerade mal Informatik sozusagen, fing gerade mal so halbwegs an, darüber reden wir jetzt gar nicht, aber da muss man ja auch immer dranbleiben. Und mir kam jetzt einfach nur der eine Gedanke, sodass man vielleicht auch, wenn man Lehrerinnen und Lehrer motivieren möchte, etwas zu tun, dass man sie auch bewusst sozusagen bei der Mitgestaltung und Ausgestaltung der Weiterbildung integriert, weil das sind ja alles gestandene, höchst erfahrene Menschen. Und das würde vielleicht dann auch, sagen wir mal so, die Motivation auch erhöhen, dann auch dort irgendwie mitzumachen. Also das ist so ein Aspekt, der uns jetzt auch immer mehr umtreibt, also im Sinne von halbwegs, dass wir überlegen, mal überlegt haben, Studiengang auch von Studierenden entwickeln, mitentwickeln zu lassen. Also das ist extrem wichtig, auch gerade in der jetzt schnelllebigen Zeit. Und einfach nur so als kleinen Gedanken, den hatte ich im Vorfeld und jetzt habe ich mich mal getraut, den zu äußern. Danke. Danke, Frau Tippe. Eine Frage knüpft, glaube ich, sehr stark an, an den kumulativen Kompetenzaufbau, der im SWK-Gutachten auch sehr stark ist, nämlich braucht man nicht einen curricularen Aufbau bundesweit für Aus-, Fort- und Weiterbildung? Und müsste man nicht auch Angebote mit einbeziehen, die nicht staatlich sind, also von non-governmentalen Agenturen und Organisationen. Fenecitas, vielleicht kannst du das als erstes kommentieren. Ja, also, ja, das wäre absolut sinnvoll, ein Curriculum zu stricken, wobei das Curriculum natürlich für die erste und zweite Phase inhaltlich definiert sein muss, weil das ist die grundlegende Qualifizierung, das andere ist modular. Da qualifiziere ich mich im Hinblick auf diese Herausforderungen, die ich selbst individuell oder als Schule bewältigen muss. Deswegen kann man das jetzt nicht sozusagen über ein Leisten scheren. Aber es ist natürlich total wichtig, dass man die Leute qualifiziert, dass man das als eine besondere Funktion versteht. Frau Tippe hat gerade schon gesagt, mit Erwachsenen kann man nicht so arbeiten wie mit Schülerinnen und Schülern in der Grundschule. Auch selbst da versuchen wir natürlich Schülerinnen und Schüler zu aktivieren, aber es ist trotzdem ein großer Unterschied. Und das ist natürlich wichtig, dass wir Leute auch dazu befähigen, Fortbildung zu machen, genauso wie für die zweite Phase, wo wir in vielen Bundesländern noch kein spezifisches Rekrutierungsverfahren haben und Qualifikationsverfahren. Auch das ist übrigens ein Karriereweg, der sehr, sehr interessant ist. Wir haben einen Studiengang, der für Mathematikfortbildungen qualifiziert an der Uni Kiel. Was war die zweite Frage nochmal? Die habe ich jetzt spontan vergessen. Nichtstaatliche Angebote, auf die nicht auch stärker einbezogen werden sollten. Ich bin ein riesen Fan von Nichtstaatlinien, aber nicht allem. Wenn wir das gucken im Bereich der digitalen Tools, da haben wir Tools, die wirken, was die Oberflächenmerkmale betrifft, wahnsinnig attraktiv, die sind total gut userfreundlich gebaut, ästhetisch perfekt und haben nichts zu tun mit den Bildungsstaaten. Deswegen müssen wir auch dort, diese digitalen Kompetenzzentren, die wir empfehlen, sollen ja genauso gestrickt werden, dass man zusammenarbeitet zwischen denjenigen, die die Standards definieren und denjenigen, die die technische Umsetzung können. Und deswegen brauchen wir auch für die Fortbildungen, die privat angeboten werden, das meinte ich ja mit Zertifizierungssystemen, in allen Bereichen. Gucken Sie, wenn Sie in den Supermarkt gehen, dann können Sie sich mit dieser einfachen Konsumentenampel informieren, was ist da drin, kann ich das bedenkenlos kaufen. So etwas Ähnliches gibt es in den USA für die digitalen Tools. Das ist kein Hexenwerk, aber man muss es machen. Und dafür braucht man aber erst mal die Definition der Qualitätsstandards. Also wir müssen ganz, ganz unten anfangen. Das sollten wir aber bald mal anfangen. Im Chat gibt es eine kleine Diskussion darüber, was jetzt wirklich motiviert für Fortbildungen. Ob es die besondere Güte ist oder eben man verpflichten muss und dass Fortbildungen nur gemacht werden, wenn tatsächlich auch eine Verpflichtung besteht, kann ich hier als abschließende Frage bei Ihnen nochmal abfragen. Wie stellen Sie sich dazu? Braucht man eine Verpflichtung oder reicht ein Recht? Macht es die Güte? Frau Kikowski, wollen Sie anfangen? Entschuldigung, ich habe gerade die Stummschaltung nicht gefunden auf Anhieb. Ich glaube nicht, ich hätte gerne eine Verpflichtung. Ich würde mich da an der Stelle nur im Moment nicht verkämpfen wollen. Vor allem deswegen, weil die anderen Aufgaben, über die wir gesprochen haben, nicht gelöst sind. Also die Frage der Qualitätsstandards, der Kompetenzprofile. Die Qualitätsfrage würde ich zunächst gerne angehen. Und wenn eine Verpflichtung, dann bitte bundesweit, damit es nicht wieder einen Kampf zwischen den Ländern an der Stelle gibt. Danke. Frau Tippe. Ja, also ich möchte mich dem auch anschließen. Also ja, klar, schön wäre es, also ich tendiere auch zu einer Verpflichtung, sehe aber auch, dass erst noch ganz andere Dinge getan werden müssen. Und ich wollte eigentlich noch einen Aspekt oder einen kleinen Hinweis geben, also weil ich nicht weiß, ob das in dieser Runde irgendwie auch bekannt ist. Aber die HRK betreibt ja, also wir hatten ja auch im Hochschulbereich in Bezug auf die wissenschaftliche Weiterbildung die Thematik, dass wir überhaupt nicht wissen, was gibt es überhaupt bundesweit. Und es gibt ein Portal, das heißt Hoch und Weit. Und in Hoch und Weit hat das Ziel national, also für alle deutschen Hochschulen in dem Falle, ein Portal anzubieten, wo die Weiterbildungsangebote gelistet werden. Und sie schließen sich dort ein Qualifikationsraster an. Das ist von der Deutschen Gesellschaft für wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudium entwickelt worden. Da kann ich auch gerne den Link dann nochmal reinpacken. Wir diskutieren in der HRK, ob wir das als verbindlich erklären wollen. Möchte ich jetzt einfach nicht weiter thematisieren. Ich finde es persönlich relativ transparent. Es basiert auch auf einem Schweizer System. Das ist auch immer spannend, einfach mal zu gucken, sozusagen, also was ist denn jetzt überhaupt ein Zertifikat? Und was, wie nennt man ein Micro-Credential oder was? Also damit man überhaupt mal ein Gefühl bekommt, auf welchem Qualifikationsniveau und in welchem Umfang werden bestimmte Dinge angeboten. Und wir haben bei Hoch und Weit eben auch versucht, die Angebote so zu qualifizieren. Aber die Hochschulen geben das natürlich selber ein. Das hat nie den Anspruch auf Vollständigkeit. Aber es wäre, es ist zumindest ein erster Versuch in Bezug auf Weiterbildung insgesamt, mal so eine nationale Übersicht zu generieren. Das wollte ich an der Stelle einfach nur noch mal loswerden. Und das ist schon schwierig genug. Also ja, aber vielleicht kann man da auch so ein paar Ideen vielleicht noch übernehmen. Frau Jesser, aus Sicht einer Schulleiterin. Recht oder Pflicht? Naja, ich unterrichte ja auch Schul- und Beamtenrecht am Seminar und es gehört zur Pflicht eines Beamten, sich fortzubilden und auch sich gesund zu erhalten. Von daher muss man das eigentlich gar nicht mehr weiter diskutieren. Die Frage ist nur, in welchem Ausmaß. Und dann sind natürlich Lehrer auch eine besondere Spezies, weil Druck erzeugt Gegendruck. Und von daher, also ich denke, dass man sich fortbilden muss, das ist ohne Frage. Das ist in jedem Bereich so. Und das ganze Leben ist Entwicklung. Die Frage ist nur, wie verpackt man das Ganze und wie geht man es an? Aber die Frage an sich stellt sich für mich nicht. Frau Tickowski. Ich habe spontan darauf reagiert. Also es ist unstrittig, dass es zur Verpflichtung gehört, sich fortzubilden und auch weiterzubilden. Die Frage ist nur, wo sich die Geister scheiden, ist die Quantifizierung. Und dann das Controlling und Monitoring. Ich glaube, das ist die einzige Frage, die im Moment so hoch kocht. Ich würde gerne, also Frau Thiel hat noch nicht geantwortet. Und ansonsten sind noch einige Fragen im Chat, die ich gerne angehen würde. Ja, Frau Thiel habe ich dich aufgerufen, weil es ja an der SWK-Gutachten steht. Aber vielleicht noch eine kurze Meinung. Ich möchte auch nicht, dass wir ewig über die Fortbildungsverpflichtung reden. Aber ich finde schon, dass wir mehr Verbindlichkeit im System brauchen. Weil wir haben jetzt 20 Jahre lang versucht, die Qualität zu verändern, ohne eine Verpflichtung einzuführen. Und es ist einfach so. Wir sehen im Klassenzimmer die Anforderungen verändern sich dynamisch. Und es gibt sehr viele Lehrkräfte, nicht die meisten, oder sagen wir mal viele Lehrkräfte, die damit nicht gut klarkommen, wenn man das Schulbarometer anschaut. Deswegen müssen wir dafür sorgen, dass sie auch, wenn sie nicht so ganz begeistert sind davon, ihr Leben als oder ihr Berufsleben sozusagen im Sinne des Lebens langen Lernens zu gestalten. Dazu muss man auch eine Einstellung haben. Dann müssen wir sie dazu bringen. Und da finde ich im Verweis auf das Beamtenrecht nicht ganz verkehrt. Da muss man Leute motivieren, völlig klar. Aber wenn sie nicht motiviert sind, muss man vielleicht auch mal sagen, das ist eine professionelle Selbstverständlichkeit. Und es geht ja schließlich nicht um uns, nicht nur, sondern es geht um die Schülerinnen und Schüler. Und wenn wir einmal in den Bildungstrend schauen, dann sehen wir, das ist wirklich Grund zur Sorge. Und noch ein Punkt, wenn Sie sehen, dass die Hamburger Grundschulen ein halbes Jahr vor den Schülerinnen und Schülern in Berlin sind, was das Lesen und die Mathematik betrifft. Ich will da keinen kausalen Zusammenhang stricken. Das hat sicherlich nicht nur mit der Fortbildungsverpflichtung zu tun, sondern mit vielen, vielen anderen Dingen auch. Aber ich glaube, Verbindlichkeit im System ist schon ein wesentlicher Grund dafür, dass Dinge gelingen. Wir sind jetzt zehn Minuten vor Ende. Und ich würde Ihnen als Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch mal den Hinweis geben, wenn Sie noch Fragen haben zum Gutachten generell. Also die SWK hat ja in zwölf Empfehlungen sich geäußert zu den unterschiedlichen Phasen der Lehrkräftebildung. Dann können Sie gerne jetzt auch parallel, obwohl weiterhin Fragen eintunen zur Fort- und Weiterbildung, auch diese noch mal grundlegend stellen. Felicitas, das gibt mir auch den Grund, noch mal nach zu fragen. Die Empfehlung der SWK zur Lehrkräftebildung, sowohl zur Qualität als auch was die eigentliche Versorgung anbelangt, sind jetzt letztes Jahr herausgegeben worden. 18 Monate später, wenn man jetzt von der ersten Stellungnahme ausgeht, später, was würdest du denn sagen, was gibt dir am ehesten Hoffnung, wenn du jetzt da zurückblickst, was es so für jüngere Entwicklungen gegeben hat? Ich bin nicht so pessimistisch. Allein, dass wir so eine Diskussion haben, finde ich schon mal ein großer Anfang. Wir haben träge Systeme, die sich daran gewöhnt haben, dass sie parallel arbeiten und nichts miteinander zu tun haben wollen. Das gilt sowohl für die erste und die zweite Phase als auch für die dritte Phase. Und die Schuld ist nicht, auf einer Seite zu verorten. Alle haben sich bequem eingerichtet. In der Soziologie spricht man da manchmal von unheiligen Allianzen. Oder man will sich gegenseitig nicht ins Revier kommen. Und das müssen wir aufbrechen. Das ist eine ganz wichtige Botschaft. Insofern sind allein diese Debatten schon sehr, sehr wichtig. Die KMK, nun gut, ich hätte mir auch gewünscht, dass man mit den Sondermaßnahmen etwas restriktiver umgeht. Da sind wir jetzt aber außerhalb der Fortbildung, was den Quereinstieg betrifft. Wir sprechen ja nie über die Abbruchzahlen mit Quereinstieg. Auch das völlig intransparent. Das erfährt man jetzt im Spiegel, dass in Sachsen sozusagen auf 120 Leute ins System kommen und gleichzeitig 105 wieder kündigen. Oder in Sachsen-Anhalt, das Kultusministerium uns erzählt, geht wieder raus. Also diese Dinge, die müssen wir uns einfach genau anschauen. Ich hätte mir gewünscht, dass man für qualifizierte Quereinstiege eindeutiger sozusagen votiert und nicht diese Ideelast tausend Volumen blühen. Das finde ich, das macht den, untergräbt die Profession. Da bin ich best davon überzeugt. Ein klar qualifizierter Quereinstieg in der Kooperation zwischen Landesinstituten und Universitäten. Das finde ich den richtigen Weg. Da würde ich sagen, aber wir sind in der Debatte. Wir sind in der Diskussion und dann haben wir so intensiv über Lehrkräftebildung und so konkret geredet, über konkrete Vorschläge. Auch was jetzt die Fortbildungspflicht betrifft. Es gibt ja auch viele Argumente, die man durchaus ernst nehmen muss. Der Gegenseite. Fortbildungsrecht finde ich eine gute Idee von Frau Pipkowski, aber so pessimistisch bin ich nicht. Deswegen hatte ich auch nach der Hoffnung gefragt, die du hast und nicht nach dem Pessimismus. Frau Tippe, Sie haben auch schon vorher angesprochen, es gibt jetzt so eine Art Window of Opportunity. Was können die HRK, die Hochschulen denn als Beitrag leisten, jetzt dieses Fenster der Möglichkeiten auch zu nutzen, produktiv? Mehr vielleicht noch, als die KMK es gerade tut. Die HRK nennt sich ja selber die Stimme der Hochschulen. Und wir versuchen natürlich in erster Linie hochschulpolitisch auch Einfluss zu nehmen. Und wir haben uns sehr klar positioniert, als sozusagen der Koalitionsvertrag der jetzigen Bundesregierung formuliert wurde, da stand auch noch drin, dass das Thema wissenschaftliche Weiterbildung weiter gefördert werden sollte. Davon war nie mehr die Rede. Ich spreche auch nicht von digitaler Hochschule. Wir wissen, es gibt andere Themen. Aber das ist zum Beispiel etwas, wo wir nach wie vor, auch wenn man es vielleicht nicht in der Öffentlichkeit so sehr sieht, aber wo wir sehr eng in der Diskussion sind und sagen, es braucht auch den politischen Willen. Also es kann nicht sein, dass das den Hochschulen sozusagen mit auferlegt wird. Und so nach dem Motto, die Strukturen und die rechtlichen Rahmenbedingungen sind zwar noch etwas schwierig, aber ihr macht das schon. Das wird so nicht funktionieren. Wir brauchen Ressourcen und wir brauchen Rahmenbedingungen. Und das ist das, wofür wir uns einsetzen. Und dann geht es natürlich bei den Hochschulen insgesamt. Also ich nehme jetzt mal alle zusammen, weil es geht ja so auch darum, wie können wir da so im Zusammenspiel agieren. Ich bin eine ganz klare Verfechterin auch der Position, dass jetzt nicht alle Hochschulen alles machen müssen. Also es geht jetzt sehr stark um Profilierung und es ist natürlich dann ein Thema, wenn es zum Profil der Hochschule passt und sozusagen die Strategie der Hochschule, und das ist auch ein ganz wichtiges Thema, also Strategiebildung, Strategiefähigkeit, wie sieht die Hochschule der Zukunft aus? Wenn da das Thema Lehrerbildung eine zentrale Rolle sozusagen auch einnimmt und einnehmen soll, dann ist das auch etwas, wo man dann sagen muss, da müssen dann auch Besonderes die Ressourcen rein. Also es ist jetzt nicht so, dass ich der Ansicht bin oder wir der Ansicht sind, jede Hochschule muss jetzt alles machen, sondern eben wirklich auch im Rahmen der Strategiefindung, Zielvereinbarung und Ähnlichem, was es da für Möglichkeiten gibt, dann auch die Ressourcen gezielt einzusetzen, um diese nötige Flexibilität, die auch ressortübergreifend extrem wichtig ist, so zwischen den Ministerien, dafür treten wir auch immer ein, Schulministerium auf der einen Seite, Wissenschaftsministerium auf der anderen Seite, das ist dann manchmal doch etwas sehr versäult oder eben auch, wie wir es vorhin angesprochen haben mit Frau Flikowski, dass wir, sage ich mal, Flexibilität bekommen, auch sozusagen zwischen dem Hochschulbereich und außerhochschulischen Bereich und Lehrverpflichtungsverordnung dann auch so elastisch sind, dass wir da Spielräume haben, ohne das Gesetz so sehr zu dehnen, dass die Fugen auseinanderfliegen. Also das ist, sagen wir mal, eigentlich so, sind die beiden Bereiche, also politisch unterwegs sein, Hochschulstrategie entwickeln und Flexibilität und sozusagen alle Player an einen Tisch sozusagen zu bekommen, das ist so das Thema, was uns bewegt. Danke, Frau Flikowski, Sie haben sich schon selbst gemeldet. Ich hätte es jetzt aber auch gefragt, genau nach dem Gleichen. Was haben Sie jetzt quasi erlebt und was, denken Sie, kann man jetzt angehen und was könnte der Beitrag auch sein Ihrer Institution, dass das jetzt vorangeht? Also ich kann mich auch direkt anschließen. Also ich glaube, ich nehme wahr, dass im Moment eine Strategie im Raum steht. Wir haben sehr viel über Strategieentwicklung auch gesprochen. Mir wäre es wichtig, den Diskurs, der im Moment läuft, den auch systematisch anzudocken, an die Strategieentwicklung und am Laufen zu halten. Also den Diskurs wirklich zu gestalten, zum einen auf Ebenen und Gesprächsrunden wie heute, aber auch landesintern. Das muss ja auch in jedem Bundesland runtergebrochen werden. Was heißt das denn jetzt konkret? Wie konkret können die Hochschulen mit den Studienseminaren, mit der dritten Phase zusammenarbeiten? Wer gestaltet diesen Diskurs und wer sichert auch Ergebnisse? Weil Diskurs darf sich auch nicht nur um sich selbst drehen. Also ich gehe positiv aus dem Gespräch, weil ich viele gemeinsame Ansätze sehe. Aber ich wünsche mir wirklich, diesen Diskurs konkret weiterzuführen. Frau Gesser, Sie haben jetzt quasi fast das Schlusswort. Wie ist es für Sie aus Ihrer Perspektive an den Schulen? Hat sich in den letzten 18 Monaten oder in den letzten Jahren was verändert? Sie hat den Eindruck, es ist so Frühlingsluft, es geht was voran. Und was würden Sie sagen, was passiert ganz dringend und wie geschehen? Also ich habe vor 22 Jahren mein Referendariat beendet und in diesen 22 Jahren hat sich schon einiges verändert. Besonders gefallen hat mir vorhin in der Diskussion, dass das Wort Schüler mal viel und Lernende und Zukunft der Gesellschaft. Also das möchte ich gar nicht aus den Augen verlieren. Wir sprechen ganz viel über Ausbildung, über Referendare, über Lehrer, Lehrer im System, Lehrer noch nicht im System. Aber letztendlich, um was geht es denn? Es geht um die Schüler, um guten Unterricht und um eine zukunftsfähige Gesellschaft. Und Demokratie, ja, das sind alles so Sachen, Demokratiebildung, die mir einfach total wichtig sind und wo wir nicht aus dem Fokus verlieren dürfen. Also da möchte ich nochmal einen ganz großen Appell dran setzen. Vielen Dank, Frau Jesser, für diesen Appell und auch die Adressierung von Schülern und der Zukunft. Das freut mich auch sehr persönlich. Felicitas, du hast jetzt quasi... Das ist dann ein bisschen ein großes Dialog. Von allen Seiten gehört und dieser Dialog sollte weiter gestrickt werden. Es ist auch wichtig, dass wir ein bisschen Erwartungsmanagement betreiben. Ich habe vorher gesagt, naja, ich bin ein bisschen enttäuscht von der KMK, dass sie die ganzen Blumen noch blühen lässt. Aber es ist ja auch sehr kompliziert, mit den Ländern sozusagen dann auch einen Strang zu ziehen. Aber es ist schon wichtig, dass wir diese Qualitätsdebatte führen, dass wir die Schülerinnen und Schüler im Auge behalten und dass die Institutionen zusammenarbeiten. Ich habe neulich gedacht, vielleicht hätten wir doch eine einphasige Lehrerbildung empfehlen wollen. Wir haben das ja sollen. Das haben wir ja intensiv diskutiert, wo ich wieder frustriert war, dass man sich überhaupt gar nicht aufeinander zu bewegt, erste und zweite Phase. Also da sind wir jetzt auch in der Bringschuld, dass wir wirklich zusammenarbeiten. Weil das kann, also diese Zerstückelung, erste, zweite, dritte Phase, das kann so nicht weitergehen. Ja, damit sind wir am Ende. Nicht nur heute dieses Talks, sondern mit der gesamten Reihe zur Lehrkräftebildung vorerst. Vielleicht kommen ja noch weitere zukünftig. Was ich jetzt schon ankündigen kann, ist, die SWK hat in den letzten Monaten an neuen Empfehlungen gearbeitet zur historischen und politischen Bildung. Da geht es um Demokratie, Bildung, um Partizipationsfähigkeiten von Schülerinnen und Schülern. Und diese Stellungnahme wird in Kürze fertiggestellt. Und auch dazu wollen wir einen SWK-Talk machen, voraussichtlich Ende Juni oder Anfang Juli. Wir lassen Sie es wissen, wann wir genau diesen Talk machen und hoffen, dass Sie uns weiter bewogen bleiben. Vielen Dank an Sie alle, die heute teilgenommen haben, die in der ganzen Reihe teilgenommen haben. Vielen Dank für Ihr Interesse und alles Gute. Schönen Nachmittag.